Kannst du noch mal hinten? Kevin? Nein! Was? Was? Alles auf Null, auf Easy. Vielleicht deiner? Vielleicht mal... Wenn der jetzt reingeht, Digga, ich schwör' ich, löscht mich. Sorry. Scheiße. Kannst du den Easy reinmachen? Ja. Ne, wir reden nicht drüber. Okay, jetzt sind wir im Modus, Diggi. Jetzt keine Excuses, Alter. Jetzt geht's ab. Alright, gerne. Ab jetzt geht's ab, Digga. Ab jetzt.